Guten Abend, 21.12., 21. Türchen, 21. Text. Da sieht man mal, wie die Zeit vergeht, wie schnell so ein Adventskalender da so hinhuscht. Und darum ein Text am 21.12. über das Thema Uhrzeit. Uhrzeit? Stoppuhr. Stoppuhr aus dem Jahre 2005. Wenn du wieder einmal denkst, dass du ständig mit dem Leben am Sekundenzeiger hängst, immer das Gefühl im Bauch, ich muss dringend noch was tun und ich habe wieder keine Zeit, mich einfach auszuruhen, dann nimm die Akkus aus dem Uhrwerk und lad deine damit auf. Bring die Uhren so zum Stillstand und gib den Dingen deinen Lauf. Lass das Leben einfach fließen im Rhythmus deiner Lust und tu endlich, was du willst und nicht nur, was du musst. Wenn du wieder einmal spürst, dass du ein Dasein im Takt der Stechuhr führst, immer diesen Druck im Kopf, ich schaff das alles nicht. Keine Zeit mehr für die Kür, es bleibt mir nur die Pflicht. Dann dreh die Zeiger dreist zurück und bring dich dadurch nach vorn. Die Zeit, die du dir nimmst, die geht hier nicht verloren. Lass das Leben einfach schlendern im Takt von Wert und Sinn. Sag nicht immer nur, ich muss. Sag auch endlich mal, ich bin. In diesem Sinne, genießt die Zeit.